Ja moin, super, dass ihr auf dem Freitag wieder dabei seid. Es wird eine besondere Folge, weil Daniel Falke wurde am heutigen Freitag von Borussia Mönchengladbach entlassen. Daniel Falke ist nicht mehr unser Trainer. Die Nachfolge ist wohl auch fix. Seohane soll es werden und ein neuer Sportdirektor gibt es auch noch obendrauf. Absolut wild, was gerade bei Borussia passiert. Lasst dafür gerne ein Abo und einen Daumen da. Und jetzt starten wir rein. Kommen wir erstmal zum Trainer bzw. zu unserem Ex-Trainer. Das ist jetzt der dritte Trainer in zwei Jahren. Also Rose, Hütter, Falke, die entlassen werden bzw. Rose ist selber gegangen. Jetzt kommt der neue mit Seohane und ich finde, ich bleibe dabei, es ist ein absoluter Eiertanz gewesen mit dieser Analyse-Geschichte. Ist aus meiner Sicht, ich bleibe dabei, absolut lächerlich. Katastrophale Kommunikation von unserem Verein. Du hattest 34 Spieltage Zeit zu entscheiden, ob Daniel Falke der Richtige ist oder nicht. Und anscheinend ist es, wenn es wirklich so ist. Wenn es wirklich so ist, dass das bis gestern nicht feststand, dass Daniel Falke geht oder bleibt, ist das einfach nur dilettantisch. Ich finde, Daniel Falke, man kann die Entscheidung so treffen, dass man sagt, Daniel Falke ist nicht der Richtige. Aber von der Kommunikation her ist das aus meiner Sicht nicht Borussia Mönchengladbach würdig. Absolut bodenlos. In der wichtigsten Saison vom Kaderumbruch her machst du so einen Eiertanz. Und ja, jetzt werden wieder viele sagen, ja Buschi, so eine Entscheidung triffst du nicht in fünf, sechs Stunden, ist mir egal. Dass das so lange gedauert hat, dass anscheinend der Trainer Seohane auch erstmal nur haltenlose Gespräche geführt werden mussten, schon teilweise spielerverpflichtet werden mussten, ist, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich wünsche Daniel Falke trotzdem nur alles Gute. Ja, es hat bei uns nicht funktioniert. Er hat mit Sicherheit seine Fehler gemacht. Aber auch Borussia und unser Kader hat einen massiven Anteil daran, dass Daniel Falke jetzt auch gehen muss. Und ja, von der Kommunikation ist es wirklich, wirklich, wirklich wild. Wie gesagt, Seohane soll jetzt mittlerweile schon feststehen und er soll auch einen neuen Sportdirektor bekommen. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht die Fassung verliere. Nils Schmattke, der Sohn von Jörg Schmattke, soll Sportdirektor werden. Das würde bedeuten, er sitzt dann neben Seohane auf dem Trainerstuhl. Das hat der Kicker berichtet. Er hat kurz zu Nils Schmattke, hat von 2016 bis 2019 als Scout beim 1. FC Köln gearbeitet. Dann ein Jahr bis zu 20 bei uns und ist Leiter der Scouting-Abteilung bei Borussia Mönchengladbach bei VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg hat immer gute Transfers gemacht, aber wo es bei uns nicht gehabert hat, war es an den Transfers. Es war so geisteskrank an der Kommunikation, die in dieser Saison einfach bodenlos war. Und was noch viel schlimmer ist, die Fan-Identifikation. Mit Lars Stindl wirst du so ein Loch haben. Das war der einzige Spieler, wo die Fans sich noch zu 100% identifizieren konnten, die die Werte des Vereins mitgetragen hat, der menschlich rüberkam, der nahbar war. Und das ist alles weg. Und du musst doch einen Sportdirektor einstellen, der kommunizieren kann und dieses Bindeglied wieder zwischen Fans und Vereins schafft. Und dann stellst du ihm, ich will dem Jungen Nils gar nichts böses im Nils Schmadtke, mit Sicherheit auch ein kompetenter Mann. Aber dann stellst du ihn dahin, der in so einer Position noch nie gearbeitet hat, der noch nie mit Medien was zu tun gehabt hat. Also weiß ich nicht, aber der hat noch nie irgendwie in dieser Position gearbeitet. Und wenn das stimmen sollte, dann kann ich mir leider nur noch an den Kopf packen. In so einer Situation, in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich die wichtigste Transferphase, so einen Harakiri zu machen mit so einem unerfahrenen Mann auf der Position, wenn er stimmen sollte, dann droht, glaube ich, ganz, ganz Böses. Also wie gesagt, ich will Nils Schmadtke nichts Böses, aber ich finde, das wäre eine Entscheidung, die mir keiner mehr erklären kann. Das lief mit Farke schon ganz komisch. Jetzt kommt Nils Schmadtke wahrscheinlich noch als Sportdirektor. Aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, Kone steht wohl vor dem Wechsel zum FC Liverpool. Das habe ich auch gestern schon berichtet. Da wissen wir alle, Jörg Schmadtke ist da Sportdirektor. Und ich hoffe nicht, dass der Deal ist, ja, wir geben euch 40 Millionen. Dafür stellt ihr meinen Sohn als Sportdirektor ein. Ist eine steile These. Ich glaube da auch nicht dran. Aber wie gesagt, mit Nils Schmadtke, ja, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Aber naja, ich lasse, hoffentlich stimmt das nicht. Ansonsten verliere ich wirklich, ich sage dazu jetzt nichts mehr, auf dem Freitag ist Wochenende. Gleich schräg mich jetzt nicht mehr auf. Kommen wir zu positiveren News. Wir werden mit Adon Yashari in Verbindung gebracht und der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart wird wohl auch erstklassig bleiben. 3-0 gegen den HSV. Gewonnen gestern in der Relegation. Absoluter Leader-Typ. Ich will den Chaka-Vergleich nicht aufmachen. Aber ja, spielt auf einer ähnlichen Position. Sehr aggressiv. Richtiger Leader. Linksfuß, was mir sehr gut gefällt, in einem Doppelpack mit Weigel auf der 6. Das würde mir schon sehr gut gefallen. Macht natürlich auch Sinn, jetzt wo Seorane Trainer wird. Und ich hoffe, dass er schon Einfluss auf die Transfers hat. Weil jetzt kommen schon so ein paar Gerüchte, auf die in die Tendenz gehen. Dass Yashari ein überaller Spieleröffner ist. Der spielt beim FC Luzern. Stamm ist auch Schweizer Nationalspieler. Damit haben wir eh gute Erfahrungen gemacht. Ein Tor, vier Vorlagen. Wie gesagt, Linksfußen. Das würde mir gut gefallen. Nordmazedonien bringt die richtige Mentalität mit. Wie gesagt, er hat zwei Nationalitäten. Aber spielt in der Schweizer Nationalmannschaft. Würde mich riesig darüber freuen. Lässt auch auf einen Manu-Kuné-Nachfolge. Also wie gesagt, das geht nur mit, wenn Manu-Kuné teuer verkauft wird. Weil der wird 10 Millionen um die 10 Millionen kosten. Er hat Vertrag bis zu 26. Und wenn wir schon in der Schweiz sind, gehen wir auch kurz noch nach Österreich rüber. Sturmstar Pras steht im Visier von Borussia Mönchengladbach. Obwohl ich die Überschriften nicht ganz verstehe. Weil Pras ist eigentlich ein ähnlicher Spieler wie Luca Netz. Ein bisschen massiger, ein bisschen bulliger noch. Spielt auch die Linksaußenposition. Kann auch Linksverteidiger spielen. Auch ein richtiger Kämpfer. Linksfuß. Zwei Tore gemacht. Acht Vorlagen. Die Gerüchte machen allerdings Hoffnung. Weil es schon beide Spieler sind, die Mentalität, Aggressivität, Kampfesgeist mitbringen. Und beide sehr, sehr technisch beschlagen sind auch. Ich würde die Transfers befürworten. Aber die würden im Doppelpack wahrscheinlich um die 18 Millionen kosten. Und dann muss man dann, das würde natürlich auch darauf schließen, wenn Pras wirklich kommt, dass definitiv Plea oder Hannes Wolff den Verein verlassen. Und da muss man mal gucken, ob man Borges Sanchez verleiht. Weil noch Lukas Ulrich auch da ist. Und ja, schade. Also schade, ich fände die Transfers gut. Aber schade, dass ich Borges Sanchez nicht durchsetzen konnte in dieser Saison. Weil ich glaube, ich halte viel von ihm. Technisch kann er alles. Und warten wir mal ab. Wer da wahrscheinlich nächste Woche kommen wird, ist Robin Hack, der auch auf der Position spielen kann. Kann natürlich auch die zentrale Position, die Zehner-Position begleiten. Aus meiner Sicht bleibe ich dabei. Guter Deal. 2 Millionen plus Boni. Wird aber erst bekannt gegeben, wenn die Relegation von Bielefeld gegen Wiesbaden vorbei ist. Und ja, wie gesagt. Jan Ouschowski hat sich leider beim Spiel gegen den Halleschen FC verletzt beim 3-0. Knöchernde Verletzungen im Daumen. Wird wahrscheinlich die Vorbereitung verpassen. Dann muss, oder ich hoffe, dass er trotzdem noch irgendwie rechtzeitig fit wird für die Vorbereitung. Ist natürlich gut, mit zwei Keepern, Omlin und Ouschowski, in die neue Saison zu gehen. Ansonsten wird Sippel machen und der wird es gut machen. Ich wünsche an der Stelle Jan Ouschowski nur das Beste. Und zum Abschluss bei Kral sind wir leer ausgegangen. Wir haben wohl Union Berlin mal kurz vom Gehalt überboten. Aber ja, wenn du Champions League spielst, kriegst du die Spiele auch ablösefrei. In dem Fall kriegen wir ihn nicht. Kral wird zum FC Union wechseln. Wurde da auch schon vorgestellt. Und ja, also wie gesagt. Ich warte jetzt noch so ein bisschen auf die Pressemitteilung von Borussia Mönchengladbach. Was da verkündet wird. Darüber halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Morgen und Sonntag im ganzen Tag. Vielleicht machen wir auch noch einen Fan-Talk dazu. Ich weiß nicht. Mich macht das alles fertig. Ich gehe jetzt ins Wochenende. Regt euch nicht auf und macht es gut. Ciao. Eure Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schießt Borussia. Ratte ist, was viele zählt. Alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Wo ich schießt Borussia Mönchengladbach. Wo ich schießt Borussia Mönchengladbach. Wo ich schießt Borussia Mönchengladbach. Wo ich schießt Borussia Mönchengladbach.